Hallo zusammen, frei nach dem Motto, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir geben Gas. Wir geben Gas heißt, ihr werdet uns nicht nur einmal im Monat sehen, ihr werdet uns jetzt jeden zweiten Freitag sehen. Zweiten Freitag heißt 16.15. WeWiWiNo. Wir haben richtig viele neue spannende Themen auf dem Zettel, sehr interessante Themen. Und es wird auch eine neue Rubrik stattfinden. Fragt doch mal den Kellermeister. Ich habe einen super interessanten Typen kennengelernt. Der war schon in Neuseeland, der war schon in Australien, aber demnächst dazu mehr. Bis dahin.